Ich bin so ein bisschen ein Kuckucksei. Es gibt ganz, ganz selten auch Brüder, die das Wort Pastoren nicht mal über die Lippen bringen. Da ist dann Pastoralassistentin und man versucht, irgendwas anderes zu finden. Das ist aber schon ein starkes Extrem, was mir bis dato eigentlich auch nur einmal begegnet ist. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Sie ist Pastorin, Feministin und Surferin. Vieles andere auch noch, aber das wird sie uns nachher erzählen. Aber vor allen Dingen ist im Moment die junge Kölnerin seit ein paar Jahren als Pastorin in einer Gemeinde in Wien tätig. Mit dieser ungewöhnlichen Kombination von Aktivitäten und Berufen erreicht sie Menschen, die sonst von der Kirche nicht viel wissen wollen, aber eckt bei anderen damit natürlich auch ganz schön an. Spannend ist es auf jeden Fall. Umso schöner, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Mira Ungewitter. Guten Tag, freut mich. Man bleibt ja schon, Mira, bei diesem Namen hängen. Wir haben eben darüber gesprochen, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Es ist kein Künstlername. Es ist kein Künstlername. Obwohl man ja meinen könnte, Mira heißt ja wohl das Wunder im Lateinischen. Und Ungewitter könnte für die Spannung stehen, die sie so in die Gemeinden bringen. Aber kein Künstlername. Es ist kein Künstlername. Es kommt sogar noch ein Name dazwischen. Wie gesagt, Edith, die Kämpferin, ist auch noch dazwischen. Okay. Ja, und ich glaube, meine Eltern haben mir früher noch erzählt, in Österreich hingen früher so Schilder über der Tür, Gott schütze uns vor Missernte und Ungewitter. Ich weiß nicht, ob das eingetroffen ist. Aber ja, jetzt bin ich in Wien und es ist kein Künstlername. Spannend. Selbst wenn sie jetzt ganz anders hießen, ungewöhnlich wäre es trotzdem schon, denn ich habe mir jetzt mir eben vorgestellt, wenn wir hier so sprechen würden, wie sie normalerweise predigen und in welchem Ambiente sie da so sind, dann stimmt hier so ein Stapel von Softdrinks und so weiter und so weiter. Ist das eine Masche, Show oder ist das einfach die Welt, in der sie leben und sie sagen sich, Bibel gehört genau dahin? Es ist auf jeden Fall keine Show. Es ist meistens einfach nur Pragmatismus. Unsere Gemeinde ist zurzeit eine Baustelle und die Limonadenkisten oder die Softdrinkkisten benutzen wir relativ vielfältig. Damit kann man auch irgendwie beispielsweise eine ganze Bar aufbauen. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass wir gerade mal keine Notenstände hatten und dann einfach die Kisten genommen haben. Und seitdem haben wir die häufiger und ich predige gelegentlich sogar recht konservativ von der Vortragsweise und habe dann immer gerne ein bisschen Platz für mein Skript. Und so ist es zu den Kisten gekommen. Ach so, inhaltlich meinen Sie, predigen Sie manchmal, wie haben Sie es gerade gesagt, konservativ? Ich glaube, mein Predigtstil einfach so von der Sprache oder vom Vortrag her ist jetzt, also ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit mit meinem fancy Mikro von A nach B, sondern versuche meistens mein Skript zu entziffern und dafür habe ich immer gerne ein bisschen Platz. Also das ist jetzt keine große Show, sondern eher auch dem Pragmatischen mitgeschuldet. Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen? Also es ist ja eine sogenannte, habe ich das richtig verstanden, Projektgemeinde? Oder was ist denn das? Also der Name der Gemeinde ist Projektgemeinde. Und die Gemeinde ist jetzt vor rund 18 Jahren, also sie wird volljährig entstanden und war in der Tat ein Projekt von meinem, ja von dem Gründerkreis. Man muss dazu sagen, der Baptistenwund, die Projektgemeinde ist eine Baptistengemeinde, hat damals ein Haus geschenkt bekommen, vererbt bekommen mit einem diakonischen Auftrag. In dem Kontext ist ein Studentenwohnprojekt entstanden und aus dieser Studentenarbeit heraus hat sich die Gemeinde gegründet mit zwölf Leuten. Und die haben damals in dem Keller Heide gezahlt, die haben in diesem Keller damals da gesessen und haben überlegt, wie nennen wir das Ganze? Und es ist ein Projekt und dann haben sie es Projektgemeinde genannt. Und der Name ist bis heute stehen geblieben. Wir arbeiten weiter viel in einzelnen Projekten. Das heißt, wir versuchen, viele neue Sachen auszuprobieren, Sachen zu behalten, andere Sachen wieder über Bord zu werfen. Das heißt, damit ist der Name auch schon Programm? Damit ist der Name auch schon Programm. Nicht nur ihr Name, sondern auch mit dieser Gemeinde. Nun könnte man natürlich sagen, eine Kirchengemeinde ist dafür da, dass sie von Gott Gottes erzählt und Gottesdienst feiert. Also da muss man nicht ständig neue Projekte machen. Aber dem würden Sie vermutlich auch nicht widersprechen. Ja, aber es ist auch ein recht eingeschränkter Begriff von Gemeinde oder von Gottesdienst. Ich glaube, Gottesdienst und Gemeinde geht über die Mauern jeder Kirchentür hinaus. Und da dürfen es dann auch neue Projekte sein. Es müssen nicht immer die großen Projekte sein. Es können ganz normale Begegnungen sein. Aber Gemeinde ist sicherlich nicht nur der Gottesdienst. Also da geht es um die Frage, wie definiere ich Gottesdienst? Wie würden Sie ihn denn definieren? Ich definiere Gottesdienst überall oder ich würde sagen, Gottesdienst entsteht überall da, wo eine positive Begegnung stattfindet, in der auch von Gott gesprochen wird. Wobei ich auch glaube, dass, jetzt hake ich mich gerade selber ein, muss es nur positiv sein. Man kann ja auch negativ davon sprechen und trotzdem eine positive Erfahrung machen. Aber höre ich das richtig raus, dass Gott nicht unbedingt eine Rolle spielen muss? Also wenn wir zwei jetzt uns gut verstehen hier und ein schönes Gespräch führen, dann kann das auch Gottesdienst sein? Würde das ja im Extrem heißen. Nein, so extrem würde ich es nicht sagen. Aber in einem Kontext, in dem wir aber auch von Gott sprechen, in dem auch eine Begegnung mit Gott spürbar wird, entsteht für mich auch Gottesdienst. Also Gottesdienst ist für mich jetzt nicht nur was, was sonntags von bis entsteht, sondern wenn wir zum Beispiel danach noch Gemeinschaft haben, wenn wir danach noch irgendwie, wir haben abends Gottesdienst, wir danach noch beim Bier zusammensitzen, dann gibt es manchmal Gespräche, die nochmal das auch aufnehmen, was davor stattgefunden hat oder in eine ganz andere Richtung gehen, in denen wir sehr wohl, sehr viel über Gott sprechen, über Jesus sprechen. Und das ist für mich auch Gottesdienst, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Also dass Gottesdienst für mich nicht nur an eine Zeit, an einen Ort gebunden ist, sondern eine Sprengkraft darüber hinaus hat. Ich will auch nicht sagen, jede positive Begegnung ist Gottesdienst, eben, also es hat schon eine Substanz, aber es ist auch nicht einschränkbar. Haben dann dementsprechend Ihre Gottesdienste nur einen relativ, wie soll ich sagen, verbindlichen oder generellen Rahmen? Variiert das immer? Erfinden Sie die Gottesdienste immer wieder neu sozusagen? Wir können die Gottesdienste nicht immer wieder neu erfinden. Wir versuchen neue Dinge aus, wir versuchen neue, probieren neue Predigtstile. Wir haben eigentlich einen recht klassischen freikirchlichen Gottesdienstablauf. Also wir starten immer mit einem Café ins Gespräch zu kommen, dann beginnt der offizielle Gottesdienstteil. Bei uns ist das ja ein alter Ballsaal, den wir haben, was sehr, sehr schön ist. Da gibt es dann eben auch die Lobpreis oder Worship oder Musikzeiten, wie man sie auch immer nennen möchte. Es gibt einen Predigteil, es gibt einen Moderator, der sich den Gottesdienst durchführt. Es gibt Bekanntmachungen, die Kollekte, also es ist jetzt nicht vollkommen abgedreht. Aber wir geben schon Raum auch für neue Projekte oder für neue Ideen. Lass es eine Teampredigt sein, die aufeinander abgestimmt ist. Also es kann aber auch mal eine Teampredigt sein, wo wir wie in einer Art Gruppendiskussion einen Gedanken oder einen biblischen Text zusammen entfalten. Also da sind wir schon relativ offen, aber es ist in vielen Teilen auch ein klassischer Gottesdienst oder ein klassischer freikirchlicher Gottesdienst. Und jetzt mal unabhängig vom Gottesdienst, als Projektgemeinde machen Sie dann eben auch andere Sachen. Was wäre das zum Beispiel? Ist das Sozialarbeit oder ist das irgendwie Jugendarbeit? Ja, wir haben eine ganz starke Flüchtlingsintegrationsarbeit. Wir haben sehr, sehr viele Geschwister aus dem Iran und aus Afghanistan. Das nimmt einfach auch einen großen Teil unserer Arbeit ein. Also das ist dann von Sprachkurs bis zum Begleiten zu Ämtern etc. sicherlich ein großer Teil. Was wir alle unglaublich gerne machen, ist gemeinsam feiern. Also gemeinsam essen, trinken und feiern ist ein sicherlich sehr, sehr großer Raum. Wie finden denn die iranischen und afghanischen Leute zu Ihnen? Die iranische und afghanische Arbeit ist schon seit Beginn der Gemeindegründung, also schon sehr, sehr früh, Teil der Gemeinde gewesen. Und viel hat sich dann durch die Flüchtlingskrise 2015 ergeben. Und dann lernen Leute Leute kennen, laden die zu uns ein. Und das sind natürlich dann immer noch alles Einzelschicksale, die einzelnen Geschichten haben, wie sie zu uns gekommen sind. Viele haben sich vorher in katholischen oder anderen Gemeinden umgeschaut. Viele schauen sich auch parallel unterschiedliche Gemeinden an. Ich meine, die werden ja zum Teil das erste Mal auch in der Form mit dem Christentum konfrontiert. Und dann schauen die Leute sich halt um. Das geht natürlich aber auch für den deutschsprachigen Bereich genauso. Das ist jetzt nur ein kleines Thema, vielleicht sozusagen nur so ein Einschub. Aber was fasziniert denn gerade Leute mit diesem Hintergrund an christlicher Gemeinde oder dann speziell auch an ihrer? Ein wichtiger Begriff, der auch in dem Kontext, auch in der phasisprachigen Gemeinde oder im Projekt Engemann immer wieder fällt, ist Freiheit. Freiheit, also es zu genießen, frei sein zu können, frei sein Glauben leben zu können, frei darüber reden zu können, aber genauso frei, und das ist, glaube ich, ein großer Teil der Projektgemeinde, auch über Ängste und Zweifel sprechen zu können. Und auch darüber sprechen zu können, wenn es eben nicht alles gut ist, wenn die großen Krisen kommen. Und mit den großen Krisen meine ich jetzt nicht nur die Lebenskrisen im klassischen Sinn, nimmt, sondern damit auch Glaubenskrisen. Oder Glaubenskrisen können ja auch in Zeiten entstehen, in denen es einem beispielsweise gut geht. Also das kann ja auch sein. Oder altbewährtes, was immer einen getragen hat, trägt auf einmal nicht mehr. Und da hoffe ich, dass wir einen guten Job machen oder wir uns sehr, sehr bemühen, da die Freiheit zu geben und zu sagen, ja, das verstehe ich. Freiheit als Stichwort, mancher Außenstehender, der nicht Christ ist, würde jetzt Kirche und Freiheit nun gar nicht miteinander in Verbindung bringen. Das ist traurig. Sie als Typ scheinen ja nun wirklich auch das genaue Gegenteil zu sein. Wie bekommen Sie das übereinander? Warum ist es für Sie so befreiend zu glauben? Wie bekomme ich es übereinander? Ich mache es einfach. Warum ist es so befreiend für mich zu glauben? Es gibt, mir fällt jetzt sofort diese Liedzeile ein, I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von vornherein in dieses Leben so hineingeliebt worden. Und wenn mir das nicht die größtmögliche Freiheit gibt, weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Gut, manche Leute würden ja sagen, ja, sie müssen sich an komische Glaubenssätze halten und so weiter und so weiter. Wo ist denn da die Freiheit? Kannst du da mal was anderes machen oder so? Haben Sie doch dann gar nicht, würde diese Person vielleicht sagen. Trotzdem empfinden Sie es aber als Freiheit, sich da auf so etwas festzulegen. Definitiv. Jetzt müssen wir natürlich ins Detail gehen, um was für Glaubenssätze geht es. Aber natürlich, damit werde ich immer wieder konfrontiert. Also ich bin letztens auch erzählt, ich bin Pastorin. Und die erste Rückfrage war, was ist Ihnen denn alles verboten? Also und das ist genau das, was mich eigentlich auch so traurig macht an einer gewissen Perspektive auf das Christentum. Dass es eben genau damit verbunden wird, mit Verboten, mit einem Reglement, was sich dann ganz häufig auf einen Moralismus irgendwie oder einen Moralismus irgendwie wiederfindet. Und das ist eher was, wo ich glaube, das hat eigentlich mit der Ursprungsbewegung, mit dem Ursprünglichen überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Ich glaube, dass Jesus, und jetzt unabhängig davon, wie man zu Jesus steht, aber Jesus als historische Person, und ich sehe sehr viel mehr in ihm, ja solche Grenzen aufgebrochen hat. Und in der Nachfolge fühle ich mich durchaus sehr wohl. Und in der Nachfolge lebe ich die Freiheit, wie ich sie für richtig empfinde. Die hat natürlich auch, also Freiheit hat auch was mit Verantwortung zu tun. Und meine Freiheit hört ja auch da auf, wo, sag ich mal, mein Nächster beginnt. Also hier würde ich mit dem Freiheitsbegriff irgendwie arbeiten. Wenn es jetzt darum geht, ob ich irgendwie trinke, feiern gehe oder sonst was tue, dann würde ich sagen, ja, also wenn wir das Christentum darauf begrenzen oder weiter begrenzen, dann ist auch eh vorbei. War das bei Ihnen immer schon so, oder ist das auch so gewachsen durch andere Erfahrungen, die Sie vielleicht gemacht haben? Beides. Ich glaube, bei mir kommt mit hinzu, dass ich zwar christlich sozialisiert aufgewachsen bin, aber nicht aus so einer ganz klassischen, ich nenne es jetzt mal, frommen Familie komme. Meine Mutter hatte diese baptistische Tradition, geht über Urgroßeltern in Ostpreußen zurück. Mein Vater war bis vor fünf, sechs Jahren Agnostiker, hat sich dann später taufen lassen, ein sogenannter Spätbekehrter, um im Christianis zu verweilen. Und das heißt, ich bin schon zwischen zwei Polen mit unterschiedlichen Lebenseinstellungen groß geworden. Dazu kam, dass meine Mutter auch von den 70ern her geprägt, zu einer Generation gehörte, die sich schon von, sagen wir mal, gewissen gemeindlichen Strukturen, die eher strenger waren, freigeschwommen hatte. Und das hat bei mir, glaube ich, auch mit einer Rolle gespielt. Und den Rest, das war einfach früh mir angelegt. Ich bin gerne und viel feiern gegangen und habe da von zu Hause jetzt auch nicht irgendwie einen Gegenwind bekommen. Und daher habe ich das immer einfach so gemacht. Und jetzt sitze ich hier. Gegenwind. Wie ist das denn in Österreich oder in Wien? Das ist ja vermutlich ganz anders als in Köln. Vielleicht auch nicht. Das ist einfach nur so eine Vermutung. Haben Sie da Gegenwind bekommen oder bekommen Sie dort Gegenwind, weil Sie eben dann doch ein bisschen anders sind als das, wie man sich eine klassische Pastorin oder Pastor vorstellt? Ja, es gibt natürlich Gegenwind. Das hängt zum Teil aber auch verständlicherweise mit der Geschichte auch der Freikirchen oder der Baptisten auch zum Teil zusammen. Das darf man nie aus dem Blick verlieren, die erst sehr spät anerkannt worden sind. Also Freikirchen sind in Österreich erst seit jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahren offiziell als Kirchen anerkannt. Und da hat es sehr, sehr viele Prozesse gegeben, meines Erachtens, die zum Teil ganz verständlicherweise dazu geführt haben, dass sich Gemeinden auch stark angegriffen gefühlt haben und so ein bisschen stigmatisiert worden sind und sehr stark nach innen gerichtet waren. Und jetzt ist es extrem schön zu sehen, wie durch Anerkennung, durch eine gemeinsame Arbeit sich dort etwas verändert. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie reinrausche in der Art und Weise, wie ich auch bin, kann ich das extrem gut verstehen, dass das zum Teil einfach etwas überfordernd ist. Also insofern gibt es Gegenwind. Aber was ich auch immer wieder sagen muss, ich werde und wurde auch von meinen Kritikern immer auch mit sehr, sehr viel Liebe und mit sehr viel Respekt behandelt. Also das ist manchmal schwierig. Familie sucht man sich nicht aus, die sich nicht mich und ich habe mir sie auch nicht ausgesucht. Aber wir arbeiten dran. Und ja. Spielt Ihr Frausein da auch eine Rolle oder ist das Geschlecht vollkommen egal? Nein, das spielt definitiv auch mit eine Rolle. Also es hängt sicherlich auch eben mit dem Extrem, also dass ich dann noch, ja, jetzt kein großes Geheimnis, dass ich irgendwie, wie gesagt, gerne feiere, gerne was trinke, aber es hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass ich eine Frau bin. Es ist so, dass der österreichische Baptistenbund keine Frauen als Pastorinnen akzeptiert oder Frauen in der Leitung. Ich bin Pastorin des Deutschen Bundes und Angestellte einer Gemeinde im Baptistenbund. So werden Sie manchmal als Kuckucksei empfunden? Ich bin so ein bisschen ein Kuckucksei. Es gibt ganz, ganz selten auch Brüder, die das Wort Pastorin nicht mal über die Lippen bringen. Da ist dann Pastoralassistentin und man versucht irgendwas anderes zu finden. Das ist aber schon ein starkes Extrem, was mir bis dato eigentlich auch nur einmal begegnet ist. Also vermutlich wird es so sein, je länger Sie dort arbeiten, desto mehr Leute werden Sie zum Großteil wertschätzen. Ich hoffe. Und dann wird sich das vielleicht erledigen. Aber hat das auch dazu geführt, dass Sie ein größeres Interesse an feministischer Theologie entwickelt haben? Das hat sich sicherlich in den letzten zwei Jahren stärker mitentwickelt. Also ich glaube, nochmal auch in der Erkenntnis oder eben auch, was man so in den kirchlichen Kreisen unterschiedlichster Art und Weise mitbekommt, hat das sicherlich geprägt. Und dann ist es natürlich auch gleichzeitig, ist es ja eine Bewegung, die ja nicht neu ist, aber nochmal erneuernd jetzt auftritt, wo unterschiedliche Faktoren zusammengekommen sind. Einmal das Erfahren im kirchlichen Bereich. Gleichzeitig bin ich aber auch in einem feministischen Netzwerk, was sich sehr stark solidarisch versteht. Und das finde ich, hat da aus meiner Perspektive auch einen ganz starken christlichen Charakter an der Stelle. Also das wird dieses Netzwerk nicht sagen, das meine ich auch gar nicht. Aber dieses ganz starke, Frauen helfen sich gegenseitig. Also Feministin sein im Sinne von, es geht nicht darum, gegen etwas zu sein oder gar gegen Männer zu sein. Um Gottes Willen, ich liebe Männer viel zu sehr dafür. Es geht aber in erster Linie auch darum, sich erstmal selber keine Steine in den Weg zu legen, sondern im Gegenteil, sich selber zu unterstützen und zu supporten und zu empowern. Und das ist etwas, was ich da sehr stark erlebt habe in dem Netzwerk, was ich in unserer Gemeinde sehr stark erlebt habe und was jetzt einfach so ein bisschen fusioniert für mich. Das scheint Sie ja sowieso sehr zu interessieren, zumal Sie also eben auch noch in diesem Gremium sind, was den Deutschen Predigtpreis verleiht. Also wie man da reinkommt, wie kommt man da rein eigentlich? Mein Doktorvater hat mich in die Jury des Deutschen Predigtpreises berufen. Und der Gedanke war, die Jury auch etwas jünger und noch breiter aufzustellen. Und ich vertrete quasi den freikirchlichen Bereich im Großen und Ganzen. Zeugt das auch davon, dass Sie vermutlich sehr viel Wert auf die Predigt legen? Ich lege sehr viel Wert auf die Predigt und sehr viel Wert auf die Vorbereitung. Es gibt sicherlich Dinge, die ich zwischen Tür und Angel noch mache, aber es gibt Dinge, da bereite ich mich gut drauf vor. Das ist mir ganz wichtig. Mir ist es sehr wichtig, nah am biblischen Text zu arbeiten, mit dem theologischen Handwerk, was ich von der Universität mitbekommen habe. Das ist eine riesige Bereicherung für mein Leben gewesen, das lernen zu dürfen. Sprechen Sie in Ihrer Gemeinde eigentlich ganz andere Leute an, als die, die man so als klassische auch freikirchlichen Besucher hat? Oder ist es schon so das normale Freikirchenpublikum? Also mit Ihrer Art denkt man ja, erreicht diese Frau jetzt eben dann doch Menschen, die mit dem Christentum nicht so viel zu tun hatten, weil sie eben so ist, wie sie ist. Ich hoffe. Also ich glaube, dass das Erreichen von Leuten entsteht einfach ganz viel auch in meinem Alltag. Also dadurch, dass ich dann in vielen unterschiedlichen Dingen unterwegs bin und ich das Privileg habe, dadurch, wenn ich sage, was ich mache, natürlich immer recht schnell in einem Glaubensgespräch drin bin oder im Gespräch über alle möglichen Themen, habe ich da so einen, sage ich mal, Bonus meines Jobs. Das kann auch mal anstrengend sein. Manchmal will man sich wirklich nur ein Bier holen und dann kommt man zwei Stunden vom Tresen nicht mehr weg. Aber es ist auch immer wieder sehr, sehr schön. Vom Tresen nicht wegzukommen, ist auch schön. Das schönste Platz ist immer in der Theke. Und die Frage war jetzt aber, ob ich andere Leute erreiche. Ich glaube, wir erreichen als Gemeinde durchaus auch, was ist das typische Freikirchenpublikum? Wir erreichen unterschiedliche Leute. Wir erreichen Leute, die sicherlich viele schon eine freikirchliche Prägung haben. Wir erreichen aber auch viele, die sehr in Gemeinden gelitten haben und unter einer gewissen Engel oder einer gewissen Korsett gelitten haben. Wir haben viele Leute sitzen, die eigentlich gesagt haben, sie betreten nie wieder eine Gemeinde und die dann durch Studium oder durch irgendwas oder durch eine Begegnung mit jemand anderem doch nochmal gesagt haben, komm, ich gehe nochmal hin. Ich glaube, das ist ein großer Bereich unserer Gemeinde. Wenn jetzt Leute, die noch nie eine Kirche von innen gesehen haben, jetzt bei uns in den Gottesdienst kommen, die finden das sicherlich auch komisch. Und es ist einfach was Ungewöhnliches. Es ist ein ungewöhnliches Setting. Und ob ich es jetzt jedes Mal schaffe, mit einer Predigt überall abzuholen, genauso jemanden, der sozialisiert ist, das schaffe ich nicht. Also unter den Projekten, die man sich da so vorstellt oder von denen Sie so erzählt haben, da ist mir in Erinnerung, eins heißt Burning Church. Das klingt ja, als ging es da ordentlich ab. Was verbirgt sich dahinter? Burning Church ist ein Projekt, was schon vor meiner Zeit in der Gemeinde entstanden ist. Und im Grunde genommen ist es als junge Erwachsenenfreizeit gestartet mit einem theologischen Schwerpunkt, der sich bis heute durchhält. Kann man eigentlich gut unter dem Satz zusammenfassen, Dinge, die ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf. Und daraus ist die Idee entstanden und ganz pragmatisch. Es ist eine Freizeit an einem wunderschönen Ort, den Attersee im Salzkammergut. Und wo man einfach gemeinsam Zeit verbringt, Urlaub macht und ganz kreative Gottesdiensteinheiten abends hat. Und wo der Fokus eben beispielsweise nicht ausschließlich auf solchen Fragestellungen liegt. Und das Burning, wo kommt das her? Burning war die Idee, gleichzeitig schon auch die Kirche von der revolutionären Seite aus zu betrachten. Beziehungsweise, ich sag mal, reformatorisch zu agieren, indem man sagt, was muss in Kirchen eigentlich wirklich weg? Was muss verbrannt werden, was echt nicht gut war in den letzten 2000 Jahren? Und was muss neu entflammt werden? Was, wo man schon auf dem richtigen Weg war? Und wo braucht es wieder das Feuer für den Ursprung? Jedenfalls vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Alles Gute für Ihre vielen Projekte. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Bis bald, mitbebergebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe